Moin Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Die gute Susan hat mittlerweile eine Mitbewohnerin gefunden, über die sie nicht sonderlich erfreut ist. Ich muss wirklich sagen, ich bin schon paranoid genug zu sagen, dass sie theoretisch noch ein Parasit sein könnte, dem wir uns entledigen müssen. Ich hoffe mal nicht, dass das der Fall sein soll, aber die Möglichkeit bestünde, sagen wir es mal so. Aber zeigen wir doch erstmal das wunderprächtige Zimmer. Wie gesagt, ich bin einfach nur so paranoid mittlerweile. Es ist schon wirklich krankhaft geworden. So, hier ist das Gästezimmer. Bitte treten Sie ein. Diese Runde ist perfekt. Wirklich? Was ist das mit all dieser... Klamotten? Ich schaue ein paar Schritte an die Seite, wenn das mit dir okay ist. Aber die meisten kann ich es benutzen. Alles, was ich wirklich brauche, ist ein Bett zu schlafen und ein Ruf über meine Kopf, um mich zu schützen, um mich aus dem Regen zu schlafen. Und ein Power-Athlet, damit ich meinen Laptop schlafen kann. Oh, und jemanden zu schauen, auch. Du hast einen Ruf, oder? Ich bin morgens für einen Ruf. Ja, dann machen Sie sich doch erstmal bequem, würde ich sagen. Ähm. Sie haben persönliche Gründe für Ihren Aufenthalt erwähnt. Wahrscheinlich will sie nicht drüber reden, aber... Sie ist eine recht offene Dame, deswegen fragen wir mal nach. Du hast ein paar persönliche Gründe für hier zu sein. Ja. Es ist eine lange Geschichte, aber ich will nicht mit dir, mit all diesen persönlichen Gründen. Okay. In diesem Fall, kann ich mir die kurze Version? Ja, okay. Ich bin für jemanden. Ich weiß nicht wirklich diese Person, aber es ist ein Freund von einem Freund. Ich habe nur mit diesem Mann online gesprochen, also... Ich weiß nicht, was er aussieht. Ich liebe diese Lamp. Sie funktioniert? Was ich über sprach? Oh, ja. Ich weiß nicht, was er aussieht, aber ich weiß meine Weg um die Computer. Ich habe ihn versucht, zu schrauben. So. Ich weiß nicht, dass er hier ist, in diesem Gebäude. Ich weiß nicht, welcher Flas er ist. Es gibt acht Flas hier, alle zusammen. Er ist in einer von ihnen. Und ich muss einfach herausfinden, welcher Flas. Es sollte nicht zu schwer sein. Was willst du von dieser Person? Ich will nur mit ihm sprechen. Er hat etwas... wirklich... Schlimmiges. Es ist etwas Schlimmiges. Ich muss ihn sprechen, um ihn zu bekommen, um die Beziehung zu bekommen. Ich will nur mit ihm sprechen. Du bist sicher? Ja. Ich will ihn mit ihm treffen. Das ist alles. Also ich glaube, es ist... Ich gehe mal stark davon aus, dass das Joe Davis sein wird, mit dem sie reden möchte. Und dass das dann der... der Anschluss zu Downfall sein wird. Also für die... Die Leute, die Downfall gesehen haben, werden verstehen, was ich meine. Die nicht. Den ist es auch kein Spoiler oder so. Das ist ja egal. Aber ähm... Wieso möchte sie denn unbedingt mit ihm sprechen? Wieso muss er... Wenn er was Schlimmes getan hat, warum... Will sie denn überhaupt Kontakt mit ihm suchen? Ich meine... Wenn du in der Zeitung vom Schwerverbrecher liest, dann willst du doch nicht auch nicht unbedingt jetzt sein Brieffreund werden oder so, oder? Ich meine ja nur, es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und dass sie ihn über das Internet reingehackt hat durch die Firewall und irgendwie seinen Aufenthaltsort herausgefunden hat, ist auch seltsam. Aber das legen wir mal zur Seite. Ähm... Sie stecken aber nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten oder so. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass die jetzt hier einfach eine Absteige für den Raubüberfall braucht oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihre Geschichte schon stimmen wird. Du bist nicht in irgendwelchen Problemen, sind Sie? Ich kenne mich wirklich als einen typischen Serialmörder zu dir, Frau Ashworth. Ich weiß nicht, was die Serialmörder aussehen. Aber wie sieht es auch so aus? Eine Skargrasse-Fase, ein Eifertschmerz, russer Stubbel, diese Art von Dingen, glaube ich. Das ist ein Pirate, die du gerade beschrieben hast. Nur noch ein wunderschönen Peg-Lag und wir haben eine volle Bildung. Aber, wer weiß, ich bin kein Experte an Mörderern. Noch nicht. Und ich weiß nicht, dass ich das irgendwie... Ich glaube, ich habe das irgendwie nicht mehr gemacht. Und ich weiß nicht, dass die Serialmörder ganz normal aussehen. Das sind halt die Leute, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Die dann einfach irgendwann... ... so diesen einen Schnips, diesen einen Funken bekommen. Und dann... ... vollkommen am Ausrasten sind. Naja, ähm... Gibt es denn jemanden, den ich kontaktieren könnte für Empfehlungen oder so was? Ist da jemanden, den ich mich kontaktieren kann? Für Referenzeiten? Na ja, ich habe noch nie einen Raum gegründet, also... ... nicht wirklich. Ich habe mit meiner Mutter mit meinem Leben gelebt. Bis jetzt, das war es so. Ich könnte ihr einen Telefon geben. Oh, das wäre ein perfektes Ort für meine Postab da. Oh... Ja, sicher, das wäre okay. Oder so, ich weiß es nicht. Zumindest kann sie sich offensichtlich nicht so ganz auf eine Sache fokussieren, was natürlich die ADS-Theorie ein wenig ins Licht drücken würde. Eine Frage noch, einfach mal so nebenbei. Sind sie ein Teil dieser Emo-Subkultur? Sind Sie ein Teil dieser Emo-Subkultur? Bitte, nicht das Wort immer wieder zu sagen. Nein, nein, das ist nur... ... wie ich schaue. Ich wuchs auf die Real Rock und Roll, nicht dieser Emo-Krab. Ich liebe mich ein Teil dieser Emo-Generik-Bandwagon. Okay, das ist sicherlich ein Thema sensitiv für Sie. Sie wissen, die Leute denken, dass nur weil jemand in der Schreie ist, sie sind für Emo-Emo. Man kann sich nicht so generalisieren. Das ist eher kompliziert. Ich schreie in der Schreie, auch. Natürlich! Das ist weil der Schreie ist der beste Farbe. Period. Du weißt, du hast mir alle diese Fragen gefragt, und ich hatte nie eine Chance zu fragen, wie du dich fühlst. Ich meine, du hast einfach eine schreckliche Erfahrung durchgeführt. Du hast gar nicht überlebt. Ich glaube, ich werde dir das ausliegen, um das zu fragen. Aber ich bin sehr interessiert, warum du dich selbst versuchst. Was machte du das? Was fühlst du? Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Sie ist eigentlich ganz objektiv betrachtet, ohne dass man mit ihr gesprochen hat. Eine totale Psychopathin, ne? Zuerst mal, gut, sie hat jemanden über das Internet kennengelernt, von mir aus. Aber dann hat sie ihn versucht irgendwie, oder offensichtlich auch geschafft, ihn über das Internet zu verfolgen. Und ist dann auch noch in unsere Wohnung eingebrochen. Gut, sie hat uns dann vom Selbstmord bewahrt. Aber trotzdem, es ist doch... Ich meine nur, es ist... Es ist schon ein seltsames Mädchen? Sagen wir es mal so. Ähm... Achso, ja, klar, warum wir, ne? Warum wir uns umbringen wollten und so. Ähm... Sagen wir mal das gleiche, was sie eben auch gesagt hat. Lange Geschichte. Ich werde dich nicht mit diesem persönlichen Schreck. Ha, ha, ha. Ich denke, zurück nach mir. Ich hätte dir eine kurze Version gegeben. Ja, aber irgendwie kann ich mir das Gefühl geben, dass du ein paar wichtige Fälle erinnern hast. Nur ein paar Details. Ich glaube, deine Geschichte ist der Kind, die nicht kurz werden kann. Aber trotzdem, wenn du es manchmal über sie fühlst, würde ich gerne hören. Robert? Lass uns zurück in die Wohnung. Die gute Mitzi. Hieß sie Mitzi? Ich habe irgendwas mit M im Kopf. Das ist großartig. Also, was sagst du, Miss Ashworth? Ich hoffe, dass du nicht deine Meinung verändern kannst. Miss Ashworth? Was ist passiert? Sind du okay? Ich weiß es nicht. Was macht so eine Madenkönigin den ganzen Tag? Geh weg! Du musst jetzt weg! Aber warum? Miss Ashworth, was ist falsch? Ich glaube, es wäre wirklich das Beste für sie, wenn sie jetzt gehen sollte. Ähm... Ich... Ich hab... Ich... ... Just stay away from me. What? Are you deaf? Did I not make myself clear? This is not a good place for you. Where am I gonna go? It's late and it's pouring down with rain. I'm very busy. Please, just leave me alone. Anywhere. Anywhere, but here. I knew you were one of them. I knew it. What are you talking about? Look, just try to relax. Everything's okay. But why you? Why would you want to do this to me? You have no reason. Calm down. I'm not gonna do anything to you, alright? I just want to rent a room. Nothing else. I promise. Damn, I even swear. I won't cause you any trouble, okay? Just take a deep breath. Please explain to me, what's happened. I'm a little confused here. Then... Maybe... Oh, no. No, no. Also sie kann natürlich diesen moralischen Dilemma... Da kann sie natürlich hineinfahren. Aber sie kann ja körperlich... Kann ihr ja gar nichts passieren. Wenn die jetzt hier wohnt. Und ehrlich gesagt mag ich die auch ganz gerne. Also dann gut. Den Doktor X, den mochte ich überhaupt nicht. Von Anfang an. Irgendwann habe ich mich dann ein bisschen mit ihm anfreunden können, weil er gar nicht so ein schlechter Kerl zu sein schien. War ja aber im Endeffekt trotzdem... Also meine Intention hat mich da doch nicht getrübt. Bei ihr... Ich mag sie aber eigentlich... Gut, sie ist in schwarz gekleidete Rock'n'Roll Braut, wie auch immer. Aber... Ich glaube, da wollen uns die Mahnkönigin eher ein wenig in die Irre führen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie... uns was antun möchte, ehrlich gesagt. Sie werden sterben. Sie werden sterben. Sie werden sterben. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Aber wie Sie wissen Sie, Miss Ashworth? Sie sind eine Art von Psychisch? Sie haben eine Art von Supernatural-Mind-Treaten-Abillität? Oder ist es so fucking obvious? Hm. Was bedeutet das? Ich... Ich weiß nicht, wie Sie sterben werden, aber... Sie sagen es ein Hunch, wenn Sie mögen? Das ist cool. Ein Hunch. Ich mache das. Ich weiß genau das. Es hat bereits angefangen, als ein Matter-of-Fact. Sie wollen sehen? Ich zeige dir. Hier, Miss Ashworth. Sie sehen, weil ich es nicht wieder machen werde. Ja. Ja. Der alte Krebs, ne? Ja. Ach so. Ja. Ach so. Ja. 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 Denn wenn du so, ich versuche zu Gott... Ich? Ich würde nie so machen. Du kennst mich, honey. Du bist die einzige Frau für mich. Diese Frau hier wird uns zum Essen für Essen. Das ist alles. Für was? Geh die Gott-Dann-Mask-off, wenn du mit mir sprachst. Du wißt du ganz gut, ich kann es nicht behalten. Und sicher, dass du es zurück in die Wand, damit du es nicht mehr verlierst. Okay, okay. Das ist der Kammerjäger. Ich sagte nur, sie ist da für Essen. Gut, Essen. Ich habe sterben. Und ich bin zu dem Tod der Blödenkater. Du wunderschöne kleine Hörer. Sie versucht, meinen Mann in meinem eigenen Haus zu entschlüsseln. Wie verdammt verrückt. Ich muss dem Spiel wirklich lassen. Es ist so verdammt verwirrend und schwer zu entschlüsseln. Den Kammerjäger haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. War es beim letzten Mal? Ich glaube, beim letzten Mal war das. Und ähm... Der hat irgendeine Leiche in ein Haus gebracht. Höchstwahrscheinlich waren wir in das. Und jetzt sind wir in diesem Haus festgekettet. Und diese Frau ist ihre... Ist... Die Frau und... Also die Ehefrau und... Hat hier viele blutige Späße mit Marmelade offensichtlich veranstaltet. Ähm... Du wirst ihn aufhörst. Du wirst ihn aufhörst. Mit diesen großen, grünen Augen. Du willst ihn, nicht wahr? Du denkst, dass du ihn aus mir kannst? Du denkst, dass du ihn aus mir kannst? Ja, ich habe nur das Ding. Ich halte immer diese Bottle in Hand. Es ist Bleach. Das stärkste, was du kannst. Du hast mir keine Wahl. Ich kann ihn nicht riskieren. Ich muss sicher, dass er dich nicht mehr bemerkt wird. Ich kann ihn nicht mehr bemerkt werden. Du wirst diese Augen und dieses Gesicht viel länger. Du wirst ihn nicht mehr bemerkt werden. Du wirst ihn nicht mehr bemerkt werden. Du wirst ihn nicht mehr bemerkt werden. Aber wie sind wir hierher gekommen? Oh, dass er sich nicht mehr bemerkt wird. Du wirst ihn nicht mehr bemerkt werden? Hm? Hm? Ach was? Ich bin... Ach so! Ich habe die ganze Zeit gewartet, ob hier jetzt irgendwas passiert. Hier ist die Katze. Ich bin selbst die Katze. Das ist natürlich auch... Wollte ich mal kurz anmerken, ganz bezeichnend. Dass Susan als Katzendame bezeichnet wird. Weil Katzen haben ja auch im Aberglauben neuen Leben. Und sterben auch nicht so einfach weg. Und jetzt erstmal hier... Hallo? Katze, bockst dich raus. Armes Kätzchen. Das ist, glaube ich... Wie ist da nochmal? Teacup, ne? Das müsste Teacup sein. Alter, Teacup ist ja ein richtiger Jumper. Mirror's Edge. Los, hilf Susan, schnell. Autsch. Bleiche, ne? Die stärkste, die man kriegen kann. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Bleiche so extrem ätzend ist. Ich dachte eigentlich, Bleiche wäre nur gefährlich, wenn man es trinken würde. Loch. Kann man reinspringen? Okay. Ich dachte, wir gehen jetzt zu Susan und retten sie mit unserem eigenen Leben oder sowas. Ne, anscheinend nicht. Die kann sich wohl schon selbst retten. Hm? Der Teacup ist schon schöner, ne? Schwarz wie die Nacht. Hey there. Gorgeous. I see my old lady brought the bleach again. What a shame. I really liked your eyes. Verrückt? Wahnsinnig? Wahrscheinlich. I ain't gonna touch a bird like you, I gotta be honest, girl. You look like shit. But I wouldn't want you to think I'm not a kind man. Plenty of time until dinner and you're in pain, so... I've brought something to end your suffering. Think of it as an option. I've got this gun here. It's one of my favourites. There's just one bullet in the chamber. Large calibre. You'd be long dead before you'd feel any pain. Sounds good, doesn't it? I mean, it's just an idea, you know? No pressure. Ah, of course. You can't see it. That bleach turned your eyes to nothing but jelly. So I'll just leave it for you here. Feel free to use it. That bullet's meant for you anyway. I'd better go now. We won't want to get caught red-handed again, would we? You naughty Minx. What was that? I can't eat it. Well, what did you expect? Life is a real fucker sometimes. Es ist immer wieder第. Und der ist einfach der ist nicht er underwearin... Nur, weil er die Eier nicht hat, das ist selbst zu erledigen. Gut, Freunde. Ich würde sagen... Mit dem guten Teacup ... bleiben wir erstmal hier stehen. Auch wenn Susan wahrscheinlich gerade die schlimmsten Schmerzen aller Zeiten erdulden muss. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.